Okay Das ist scheiße wie Metzelt uns Durch eine Horde von Polizisten um Kinder zu retten So Da ist das Zeug Okay das Ding kann ich nicht zerstören Dann gehen wir mal in den Aufzug Dock What's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now I have hired contractors to handle shipping the brain units We should be airborne in just a few minutes You sure you can pilot that chopper by yourself? Right Of course Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode It is simple really So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pirate seat I must say for the world's largest PNC their security procedures are quite poor quite poor Sadly I did not have the necessary permissions to override their plans Nevertheless the data I did find should prove most useful So please do feel free to contact me whenever you like Appreciated doc Well it is not everyday one has the chance to protect so many brains Think of the data Research Oh and of course your personal safety was a concern as well But, I think... Can you see... Ah... A. 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 B. 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 Ach ne. Ach ne. Ach ne. Wieso hat er keine Hände mehr? Ach, weil er tot ist. Boah, ich frag mich, ob das hier... Ist das eigentlich... Die Originalfassung oder ist das eine zensierte Fassung? Oder was denn? Leute so in Heften zu schneiden... Wow. Das ist doch eigentlich... Nicht so, was die USK gerne sieht. Oder? Aua. 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 Okay. ok was nah oh yeah 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 ach der ist schon links wieso verschwende ich eigentlich meine Energie dafür komm lass mich doch laufen ja ich begebe mich aufs Dach zack 100% ja einmal kurz warten aha einmal meine gestätigen ach wie schön eine amerikanische Flagge im Hintergrund wieso denn nicht nehmt ne so 100% 10% na na und ja Komm schon! Gut, gut. Dann laufen wir mal weiter. Gut. Dann einmal... Hallo? Ah! Natürlich, so macht man das. This must be the railroad. It would appear so, likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Ne, das ist wirklich kein Problem. Ich muss nur halt die ganze Zeit... Hier meine... Das ist wirklich kein Problem. Boah, nein! Das war... ...dumm von mir. Das war... Das war... Das war... Das war... Wunderschön. Kampferfahrung B. Ja, weil ich so wenig Leute getötet habe, natürlich. Ah, egal. So. Da gibt es noch was zu holen. Und nach der dann zum Ausgang. Zack. Okay. Oh, das war. Okay. Okay. Vielen Dank.